Jo, hallo, zurück zu Tomb Raider. Ich glaube, wir müssen uns hier jetzt wieder durchfighten. Ich hab mal die ganze Amo, hoffe ich. Weil, das wird nicht mehr unterkommen sein. Ich glaube, wir müssen uns hier aufhören. Oh ne, schon wieder weggeballert. 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 So, Pfeilchen. Oh ne, schon wieder weggeballert. 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 Okay. Oh ne, schon wieder weggeballert. 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 Okay. So geht's. Geil, Granatwerfer, warum nicht? Ähm, okay, ich verstehe Ich kriege euch alle! Oh, ist das gut? 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 Schau! Alles gut, oder? Oh, 1000 Points, Alter, Pumpkern, sehr schön So, erstmal Fähigkeiten bekommen Wofür? 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 Was haben wir alles... Neue Fähigkeiten, jetzt bin ich auf Blabla... Fragensteigen... das ist ganz schön heftig 52 Punkte nur noch, ok. So, wir müssen jetzt hier weiter, mhm? Alter, Alter! Bei der Hitze mit so einem kleinen Hemdchen, naja. Ok, so, Pumpgun, äh... Ok, wo sind wir bitte? Oh... Nicht gesund... Noch Hilfe! Ok... Ok... Oh, 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 oh... Unterwegs! Unterwegs, wer kommt denn da? Unterwegs, wer kommt denn da? Ja, sehr nett! Oh, das sind noch einige! Scheiße! Oh, rein hier! Oh! Aus! 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 Jetzt jemand, der Zwischenstopp! Was ist das? Nee! Oh! 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 Ok! Ich kann fast sagen, muss der mal kaputt bleiben Wer schmeißt denn hier noch? Irgendwo einer von da oben oder was? Aber er trifft nicht, krass Dann noch mal runter hier rein Das ist nicht mehr, oder? Das ist nicht mehr, oder? 1 Wo stecken die denn? Fertig? Wow 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 wow, ey Mann 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 Ballert hier aber immer noch rum, was ist denn los? Kommt da noch einer? Ist hier noch einer? Ich seh hier jemanden. Naja, oder? So, alles gut hier, oder? Weiter geht's da lang. Sie ist da unten, versuch freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Da ist sie! Da ist sie! Geht sie um! Feuer! Hey! Oh! 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 Feuer! Der ist schon mal weg. Feuer! Geh! Feuer! Feuer! So, Rymond dann mit dem Seil wieder rüber, oder? Feuer! Feuer! Okay. Immer schön weiter feuern. So, kann ich hier irgendwo verstecken. Wir sehen ihn noch mal, oder? Ja, bitte. Boah, wie soll'n das gehen? Da läuft sie! Neugier Feuer! Geh! Also, da gehe ich nicht rüber, hier bin ich rüber. Also, ich muss hier eingebaut haben. Aber wo? Oh! Kann ich hier wieder wegsprengen. Oh! Kann ich halt wegsprengen. Alles gut. Lara! Lara! Kletter rüber! Na los! Lauf zu, Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Hey! Okay, steig mich in den Helikopter. Alles gut? So, wo muss ich hin? Oder unten rein? Oh! Danke, sehr haunt mich. Oh! Sie dürfen nicht in den Helikopter steuern! Nicht in den Helikopter! Zerstört die Brücke! Oh! Sind hier noch mehr Ungläubige? Jetzt bist du dran! Jetzt bist du dran! Ich muss dann weiterlaufen. Warte laufe! Ja! Wir werden beschaffen! Nicht in den Helikopter steuern! Warte! Die Stürme! Es ist so gefährlich! Ra! Es ist so gefährlich! Lauf! Alter! Ich verstehe! Du hast dich! Warte! Ich verstehe! Du hast dich! Jacob ist! Du hast dich jetzt Trainer, Du hast dich! Du hast dich! Du hast dich! Oh, 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 oh. Ich bin hier. Lalo, spring! Du schaffst das! Alter! Lara, nimm meine Hand! Okay! Wir müssen landen! Wir müssen landen oder der Sturm bringt uns zum Absturz! Die können nicht weg! Wir könnten sie nicht zurücklassen! Wir müssen landen! Wir müssen landen! Keine Chance! Zieh mal nach draußen! Wir können sie nicht zurücklassen! Ich hab's kaum bis hierher geschafft! Runter! Jetzt weg auseinander! Na los! Scheiße! Sie sind verrückt! Es geht los! Was haben Sie lang nicht weg? Sie sind weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Sie sind 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 weg! Lara! 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 Nakam, Lara! Nakam schon! Los! Da bist du! Da bist du! Nakam! Los, Lara! Da sind sie! No! Nein! Nein! Ron! 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 Ich schaff das doch nicht ohne dich! Tut mir leid, Lara! Tut mir leid! Du schaffst das! Du schaffst! Du schaffst! Du schaffst! Du schaffst! Du schaffst! Du schaffst! Lara! Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara! Na klar! Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes! Du hast recht! Hätte ich nicht sagen sollen! Es ist nur... Ross! Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten! Er starb als Krieger! Und so soll er von uns gehen! Das alte PT-Boot am Strand! Das sollte ich wieder hinbekommen! Naja, also... Versuch es wert! Es würde nichts nützen! Wir können die Insel nicht verlassen! Komm schon, Lara! Sag doch sowas nicht! Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan schmieden, okay? Ihr versteht es einfach nicht! Keiner von euch! Irgendetwas lässt uns nicht gehen! Etwas? Lara, du solltest schlafen! Ich geb' ihr zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel! Ich verrecke nicht hier! Ich repariere das Boot und dann fahren wir! Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah! Ich kenn' dich doch! Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt! Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich! Vertraue ihm! Wir brauchen dich! Der große Mann hat Recht! Gib dir etwas Zeit, okay? Du weißt, wo wir sind! Komm' runter, wann du willst! Ohne dich gehen wir nirgendwo hin! Nimm die hier! Du hast einen tollen Instinkt, Kleine! Du musst ihm nur vertrauen! Und die Stürme, die Stürme! Nimm die Stürme! Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin! Sie verhindert, dass wir wegkommen! Im Kloster gibt es eine Ritualkammer! Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein! Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit Ihnen gehen sollen. Nein, bringe ich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er drauf ist. Keine Geschichten über meine Eltern. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug... Okay, ich sag's mal so. Das war wieder ziemlich lange, aber maximale Action. Mehr beim nächsten Mal, okay? Bis dann. Ciao.